Auf der anderen Seite... Er ist zu behindert als der Kergerinne. Oh Mann. Ja, aber... Es wäre doch schwierig. Aber das hier ist okay. Aber wenigstens die zweite Etage. Das die zwei Möglichkeiten hat. Und wenn die vierte will, oder ganz oben will, kann man dann... Oh, schluss mich weg. Ja. Aber das hier ist okay. Aber wenn die vierte will, oder ganz oben will, kann man dann... Arschloch. Nicht getroffen, schade. Ich würde sagen, ich fahr mal ganz schnell weg. Andere Warte. Oh, Idiot. Ja. Hallo Waggons. Ich kann ja nicht fliegen. Warte mal, schnell weg. Unfair. Tschüss. Ja, muss ich erstmal rausfahren. Tschüss. Okay, alles ist okay. Stopp. Okay, stopp. Bist du vorne? Deine Zugta... Haha. Rechts. Welcher ist denn das? Ah, Öl. Ist das. Ja, ist egal, Alter. Können wir das Kohler umbauen, oder tun wir jetzt? Beim Boden ist das schwierig, weil es geht echt da unten. Das kann man nicht machen, Kohler. Ja, aber sonst, ich finde das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich auch. Wir klassen den so. Cool, dann weiter. Da vorne noch die Hupen, die da kommen, bauen wir hier um. Eigentlich ja schon, aber jetzt recht. Ja. Jetzt mal gucken, wo ich hinfahre. Okay. Haben wir mal eingestellt, glaub ich. Wir haben jetzt ein bisschen umstanden, ey. Oh, ja. Ich würde sagen, ganz ehrlich, eigentlich ab hier schon ziemlich. Ja. Ey, würdest du mal bitte... Oh, fuck. Oh. Irgendein Fundament, oder so? Ah, ne, die Schiene. Okay. Ähm. Also, ich würde sagen, direkt ab hier, oder? Dann jetzt. Neubauen, ja. Okay. Äh. Ja, wir gucken mal, wo oben rumkommt. Erstmal oben bauen. Äh. Aber vielleicht hat die Lachen ab. Perfekt. Ja, guck ich schon mal hier. Da will gar keine Rampe drauf platzieren. Na doch. Gut, du. Plattform ist Rampe. Okay. Oh, ich sollte ein Jetpack anziehen. Ah, wäre eine gute Idee, Nico. Und ich werde das mal auf die Nummer 7 legen. So. Das ist ein Problem. Oh, ja. Waa. Was ist das? Ich weiß mich ab. Ja. Ich bin ein Buben. Ja. 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 Ich bin ein Buben. Das ist ein Buben. Aber, ja, ja. Hey! Ah, was darf? Gut, so. Warum steht jetzt kein Zug rum oder so, der uns nervt? Oder irgendwelche Anhänger? Oh scheiße! Wir müssen uns beeilen, Matze! Wir müssen ihn schrumm ausmachen! Oh! Das ist unser Ölzug! Scheiße! Oh fuck! Oh mein Gott! Unschuldigung! Ja, übersteuern wahrscheinlich gerade. Oh! Wir voll Idioten! Ja, die Übersetzung war ja vor und schon stocken und ging ja kurz. Ja! Und jetzt kommt gerade kein Zug mehr, logischerweise. Komm weiter, ne? Cool! Ja! Oh mein Gott! Idiot! Stellt euch mir jetzt nie überhaupt der Strom aus! Hä? Wir hatten uns gewundert, ey! Oh! Ganz ehrlich, was... Wir sind heute, weißt du? Echt? So vollkommen so... Ehhh! Ganz lang, lang! Egal! Hier ist schon... Ja! Oh Mann, ey! Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu stahl runter. Weil letztens war ja schlimmer, wo wir... Ah! Weil wir... Oh ja! Das war wirklich jetzt nicht... Ja! 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 Wahrheit! Wir müssen jetzt viel besser bauen, wenn du bist. Achso! Oh! Ich muss mal auf! Bremsen! Ich könnte schon aufsteigen. Ja, ein bisschen Erfolg haben wir ja. Wie... Äh... Ja, wie für Ursache kriegt jetzt eigentlich einen... Äh... Äh... Ne Stromausfall. Am geschicktesten. Oder ne Stromkabel, einfach kaputt von ne... Wobei... Vor der Seite funktioniert immer noch weiter, aber nicht viel. Könnte reichen. Sehr wenig. Das wollte eigentlich reichen auf Dauer. Ja, stimmt. Wir wollen ja eigentlich nicht lange um. Boah, tu das Ölkabelkappen. Oh, das war auch doof. Au! Ne, geht nicht ein bisschen Draftstoffherstellung. Oh, ne Strom geht das nicht. Das ist mir tödlich. Und du kannst Draftstoffkabel... äh... äh... Zu den Öl-Herstellern. Mit der Fließt dann wieder rein, dann aktivieren wir die wieder. Ja, ich... Ist dort zwar ein bisschen... Ja, mach ich so. Oder halt einfach noch ein Kabel weg. So irgendwie. Mal schauen. Von leider keinen A-On-Off-Schalter. Hat sich das praktisch gewesen. Und wenn du ein Kabel überkappen kannst, dann ist alles aus. Oh ja. Na. Das und das weg. Ob ich bin nicht zu hoch. Ja. So, Strom wieder an. Damit... der... Wieso mache ich Strom wieder an? Hah! wie soll ich den strom wieder angemacht ich war nicht so hoch um eine achtelplatte machen jetzt dann machen wir es doch so wie wir es eben gemacht haben würde ich sagen also ich würde sagen so wie wir es eben gemacht haben am stall ja schön ich darf in die vierte teile laufen auch mal schön vielleicht auch jetpack nutzen aber ach komm dann renne ich gerade hoch ja das problem wird nur noch dass zu dir kommen durch alles laufen und wir dürfen doch alles wieder zur base laufen dann gleich danach und zwar von öl wenn der platten sind ja aber ich glaube nicht auf den schienen unbedingt was soll denn da schon schiefgehen außer dass man runter fällt und stirbt ja also platz und dann hoch wir müssen gar nicht zur base laufen und den strom wieder anstellen warum denn einfach wir haben schrumpf ausfall wir müssen einfach nur den strom anstellen das geht ja bei jemals machen genau weil die waffen musikal verbunden und ja ich denke ich war noch geschafft zurückgelaufen und so wann mal etwas machen müssen alter bis zu zweit bestes mit schrumpf ausfall und das wäre übel gewesen das wäre übel gewesen hat man damit gedauert ne noch die kongerant hallo hi wozu ein einig entschieden hat gebaut die hier rechts wurde gebaut ja man baut ab danke ich bin jetzt einfach weiter nein was ist ab nein mach ich nicht hallo hallo mann ja auf der höhe ja eine plattung zu niedrig eine plattung warte stopp ah 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 warte stopp die ist ja noch eine zu niedrig ok ja warte stopp so wollte ich haben daheim weiter ja weil lass mal gucken wie es überhaupt aussieht dann von dir aus wollte ich dann einfach ach so schnell ist noch falsch drauf auch geht nicht mit niedrig auch niedrig auch niedrig es sind jetzt in acht plattes so so Dings und andersrum ist es in acht plattes so äh nicht wie auch immer oh ich darf nicht runterjumpen sonst bin ich tot du musst halt ein Stück durchblitzieren hm so oder auf keinen fall weil ich wollte wie es aussieht hier hallo ach eh je nico ja 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 ich habe zum glück dieses jetpack angezogen gehabt aber auch ist erst zehn sekunden oder so her ja kann ich jetzt so machen oder was ich dir jetzt oder 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 ja 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 naja ich gehss nicht so rum aber warum Stimmt. Wir müssen noch eine Plätze auch schnappbauen. Noch einer weiter uns schnappbauen. Egal, lass erstmal rechts spawnen. Da wo wir draufstehen. Wir können auch gut rumlaufen und nebentran testen. Stimmt auch wieder. Ja, aber irgendwie hinkt ne anschließen. Vielleicht sollten wir es einfach weiter vorne anschließen. Ach so. Ja, ne, Nico. Guck mal, so ist doch perfekt. Morgen. Ja, aber... Hier ist halt ein Knick drin. Ja, also ich... Ja, so, so. Der Viertel... Der Viertelplatten und der Viertelplatte nach oben. Also das hat er automatisch wahrscheinlich jetzt so gemacht. Aber das wäre ich nicht abgehackt oder so. Ich glaube, so ist es besser, dass man das mal in der Ellbacher. Es wird nur diese Platte... Die Schienheiten Leute, das nervt. Ich kann ja nie was dran behauen. Ach, nein. Kann ich nicht. So würde ich sagen. Ich glaube, das ist einfach raus. Dann belastend. Na siehste. Ja, mach so. Tschüss. Ist das gemacht jetzt? Kannst ruhig schon mal zum nächsten gehen. Ich kann das schon machen. Ne, Nico, schaffst du nicht. Ich muss zuschauen. Ja. Damit du es auch richtig machst. Ach, da... Das heißt... Guck mal bitte, ob es, äh... Symmetrisch ist. Äh, nicht symmetrisch. Symmetrisch. Doch, symmetrisch. Äh, nee, äh, zur anderen Schiene. Wegen dem... Hä? Wo die Trennung ist. Zwischen den beiden Gleisen auf der anderen Seite. Ist die hier? Äh, du musst das F-Toolen, ja. Also F drücken. Das Abbau-Tool. Äh, was? Und dann... Wo du... Ah, ja, richtig. Gut. Danke. Ach, warum machst du das? Oh, 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 oh. Ähm... Ne. Ja, du musst das noch mal bauen. Ja. Moment. Hä? Hä? Was? Was? Ich kann's erstmal da anschließen, so. Und dann... Hm. Und jetzt? Ich muss das noch mal abbauen, weil die... Weil da weiter ne Kurve drin war. Ist das so richtig... Ja. Ich hoffe, dass jetzt keine drin... Nee. Oh, passt. Du hast... Oh, sieht gut aus. Ne. Ach. Ach. Guck dir mal. Von hier. Was hast du da für'n Scheiß? Hä? Was ist denn los? Ich hab' die ganze Nummer platziert an... der da hinten... Ja, ja. Das war noch mal ne Methode. Ja. Okay. Ja. Hallo? Wir haben doch eigentlich keinen Strom. Ja. Warum fahren da die Züge? Ich hab' gar keinen Sinn. Warte. Ich kann's ja einfach testen. Wir haben Strom. Ach, geil. Wieso haben wir Strom? Wieso haben wir Strom? Auf die Stiche zu so 100% verlassen. Ja, ja. Nein. Nein. Zug. Nicht wegfahren. Stopp, 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 stopp. Okay. Dann... Ich kann die Schien nicht platzieren. Zu Steve. War aber vorhin genauso gewesen. Komischerweise. Ich... Probier's auch mal. Oh, Mann. Da bin ich nicht abgebaut. Geht nicht. Da bin ich nicht abgebaut. Geht nicht. Da bin ich nicht abgebaut. Geht nicht. Geht über Chrome. Kreuzzeritsch, lol. Über Kreuz geht's sogar. Ja, mach' egal. Nein, das wird nicht egal. Ich fand' die Züge komisch. Wollte grad' sagen, es geht nicht. Äh... Okay, dann... Platzieren wir die halt ein bisschen... weiter weg. Äh... Ja. Ist ja sowieso nur provisorisch. Mach' dann Zug hier. Da kannst hier. No Power. Hä? Aber geht. Ja, hab' drauf. So war' andere. Ich hab' den Schumpel. So war' jetzt. Danke. Weiter reichen. Gib. Schuss von. Nein, 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 nein. Nein. Ja, sowieso nur provisorisch. Also so, und anschließen. Jetzt fahr' durch, Junge. Jetzt... Müsste... Ja... Ja. Ja, er kommt. Geil. Wollte die geile Strecke, die wir hier gebaut haben. Wann... Schleiche mal den Strom aus. Äh... Ich fahr' von meinen Leuten noch. Ja. Dann würdest du doch fahren können, die Gruppe auch. Das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, hab' kein Geräusch gehört, dass der Strom ausgefallen ist. Wir haben schon drunter. Der... Der Strom war aus. Ja. Ich könnt' ja was anstellen. Ja. Ich kann hier was anstellen. Ich kann hier was anstellen. Hm. Alter auch nicht. Ja, ich bin gekommen. Also der Eigentliche. Gleich. Aber stimmt, ich muss abpassen, wann ich... schon was mache. Exakt. Ja. Ich würde dann nicht kommen. Eigentlich auch nicht. Das muss der Ding jetzt dazu. Ah ja, das ist ja schnell. Hallo, tschüss. Alter, der ist richtig hart. Hat Gas. Du, der ist jetzt gerade durch aufmachen. Das wäre gerade sehr gut. Äh, okay. Na. Da kommt schon wieder was Neues. Das ist cool. Das ist egal. Also ich darf ausmachen? Ja. Gut. Oh, da spielen sie stehen. Hm, wie ärgerlich. Jetzt wird auch das Geräusch gehört, Nico. Okay. Was hast du jetzt gemacht? Ich... Ich... Ich hab' nochmal ein Stromkabel hier gekappt. Ich hab' einfach ganz viele Maschinen übertaktet. Egal. Egal. Äh, das heißt... Ich... Ja. Ja. Nee, nee, nee. Die hängen an unsere... Und da oder? Haben wir auch. Ja, dann einfach mal. Äh... Könnt ihr mal bitte ausgehen? Also wenn die... ... trotzdem noch Brennstoff bekommen, dann produzieren die weiter. Ich kann die nicht ausstellen. Ich hab' jetzt die Versorgung zwar mit Brennstoff gekappt. Es wird dann aber dauernd bis die wieder angehen. Aber ich kann was... Nee, die füllen sich nur, Nico. Die sollten eigentlich nicht nicht produzieren, weil der Strom auch da ist. Also füllen vielleicht, ja auch nicht. Doch, die produzieren noch. Also die produzieren zwar keinen Strom an sich, aber... Aber die verbrauchen noch nichts, oder? Doch, die verbrauchen. Was? Ja. Jetzt hat man das nicht. Ja, aber ich... Kann sonst nichts machen. Ich... Stromkabel ist hier gekappt. Ich lass die halt auslaufen, weil... Was soll ich sonst machen? Ja. Okay. Öl haben wir ja noch genug. Tja. Jipp. Ja, müssen wir halt dann... ...selber herstellen, leider. Okay. Aber was muss ich denn machen? Na komm. Ich bin vielleicht mal schnell genug. Ich weiß nicht, dass es nicht schnell läuft. Naa... Das klappt auch nicht. Ja. Das klappt auch nicht. Du bist zum Öl. Vor allem Öl runter. Und das macht auch unsicher. Und das ist auch unsicher. Puh, komm mal schauen. Eigentlich hätte ich euch noch keinem was anderes gemacht als nur... ...dubelausbefahren. Jaaaa... Wir sagen hoch bis zur Kreuzung, dann machen wir ein anderes mal Hubel ausbessern und weiter. Ja, wir können ja, ich mein, letztendlich ist ja alles nur Schienenbau, das ist das blöde. Ja, da finde ich es cool, wenn wir weiterbauen zur Zweitwärts, dass die Schubel ist, dass die Schubel ist überliegen. Und hat auch richtig gebaut, dieses Mal. Ja, aber bis wohin sagst du, die Hubel ausbessern? Wenn wir Bock auf Baseball haben, gucken wir also Baseball weitermachen und dann halt, genau. Das stimmt auch wieder. Bis wohin? Was ist vor dem Schlag zu bauen, die, äh, die Hubel auszubessern? Ja, bis zur Kreuzung, die jetzt kommt. Ja, also bis zur Kreuzung. Ja, aber nicht schon weit. Okay. Ähm, so, ja. Ähm. Ich hoffe, ich baue gerade richtig und nicht, dass das nicht reicht. Das hoffe ich auch, dass du richtig baust. Ja, wir haben nach oben gegangen, haben wir das drüber gefühlt, dass er vielleicht, naja, weil wir machen immer gerade, die Kraden, die da drin ist, das reicht. Bei höher, ja. Da umkommt euch die Kreuzung. Ja, und. Ich weiß, ich muss dich verschieben. Das macht nur so aus. Das stimmt. Oh nein. Ja, ich sehe es nicht. Geil. Musst du weiterbauen. Ach. Ich weiß, kann die im Trab was bauen. Das geht. Und drücken. Ich muss nicht bauen. Oh, oh, oh. Ich würde ja auch immer gerne die Kohle-Generatoren abschalten, die da noch sind. Aber, ich meine, klar, die Kohle brauchen wir an sich nicht. Aber, ne, das heißt, von der Mehrproduktion, dadurch, dass wir weniger verbrauchen, äh, für die, für Strom, bringt das, bringt uns zwar nichts, aber es ist irgendwie trotzdem, fände ich an sich cooler. Weil wir jetzt eigentlich einfach noch coole Generatoren stehen haben. All von allem nach oben, ist egal, ne? Ey, was? Der? Wo? Da! Da! Hallo! Da! Da! Das ist mal ein Abreißen. Weil eigentlich reicht das ja so. Wir müssen ja nicht komplett bauen. Wie auch schon bei den Geraden stecken einfach ein bisschen. Ja. Da war ja was. Für dich. So. Dann kommen wir direkt. Was hat es denn aus, wenn du von da... Oh, das reicht. Aber eigentlich, da wir die vier Aufstände haben, müsste es eigentlich perfekt aufgehen. Also, das wird man so da früher um sein. Ähm. Das ist genau, wie wir was steig gemacht haben, das Problem ist auch. Dann hätten wir dich mit sich tief zu spät. Da. Also, komm. Ich guck mal was nach. Ja. 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 Also, von der Hälfte der Platte bis dahin, okay. Wo komm ich hin? ich weiß wie wir das unten bauen also von unten von den geraden auf die schräge da war eine lücke im boden und ich habe nur die stellsten angehabt zum glück habe ich damit gerechnet weil ansonsten ich weiß kann drunter gefallen also die beiden weg ich glaube kann man natürlich geradeaus gehen und dann ist das oder er zieht sich und dahin und dann die höhe ist richtig scheiße abschätzbar keine ahnung ok ich ziehe das jetpack an doch ich bin eben nur wohin gerannt so und dann jetzt nach oben ich weiß nicht bauen ok zu nico nicht so hoch sehe ich bin hier aus deutschland ja ich brauche es nicht nur mal ich kann doch ich kann hier mal bauen ich komme wieder gucken wenn sie haben das 1 1 tiefer lol halb rote gehen sie mal exakt auf der höhe also eine plattform rote und das ist doch super ich brauche schon mal da unten die platten ab ja auch das machen wir mal ok aha ach schade aha ach schade belasten auch nicht unter mir håll nicht von honk ach schade oh äh ach ach matze ja sie hier ok jetpack war fast leer ach und ist schon da nicht die beste idee ach ach ja tschüss matze ww ach ich fahr mal mit absicht drunter auch nur gerade so geschafft ja ja okay tschüss ja das wird auf jeden Fall nicht gerade so geschafft oh doch nicht geschafft so, aber gut mal halb runter warte da ach ja weg hallo okay gut und dann mal gucken ich ziehe es von der anderen Seite na ähm ähm das wohl wird man verbauen bis an die Kante zu weiten, ne? wahrscheinlich wahrscheinlich eins war da hinten ich probier mal bis zur Hälfte aber ich hab ne Idee Hälfte war gut, Hälfte war beim Hochbauen gut gewesen eine gute Idee und dann, äh, warte und dann nur bis hier hin bis zum Strich bis zum Strich Elfte oder bis zum Strich genau ich brauche kack, Nico hab ich zu weit nach der Mitte gebaut oder mal? ja was ist nicht mit der Mitte ey, Nico ey nico ja passieren haha also ich brauche sie bitte okay so ja ja perfekt gut das heißt ja theoretisch was könnten wir den Strom wieder anstellen? hey hey ja aber ich würde sagen, was machen wir jetzt noch? Strom anstellen ja müssen wir cool dann brennung oder fattig brennung ja brenn 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 brenn